Die Ukraine steht kurz vor dem Eintritt in ihr drittes Kriegsjahr. Es scheint, als habe sich die Bevölkerung mit der Aussicht auf einen lang anhaltenden Konflikt abgefunden. Das Parlament debattiert einen neuen und umstrittenen Gesetzentwurf zur Mobilmachung. Er schlägt 36 Monate aktiven Dienst vor. Die Frauen, Mütter und Großmütter verstärken ihre Proteste und fordern eine Verkürzung auf 18 Monate für diejenigen, die an der Front kämpfen, um eine Rotation und die Rückkehr nach Hause zu ermöglichen. Sie wollen, dass mehr Männer mobilisiert werden, aber für eine kürzere Zeit. Ich habe 3 Jahre alt, ich habe noch 3 Jahre alt. Ich habe noch 3 Jahre alt, das ist, dass ihr ihr Leben ist, dass ihr ihr Leben ist. Das machte ihre Befehlungen. Das sind nicht die Mütterung über die Verkürzung, sondern das, dass die Leute machen, dass sie ihre Bürgerinnen und die Bürger machen. Wie jeder Bürgerinnen unserer Länder, die Leute müssen nicht nur die Bürger, sondern auch die Bürger. Wenn das neue Gesetz die Freiwilligen wieder motiviert, könnten mehr Wehrpflichtige nach Hause zurückkehren. Wenn das neue Gesetz die Freiwilligen weitergeht, könnten mehr Wehrpflichtige nach Hause zurückkehren. Wenn das neue Gesetz die Freiwilligen weitergeht, könnten mehr Wehrpflichtige nach Hause zurückkehren. Wenn das neue Gesetz die Freiwilligen weitergeht, könnten mehr Wehrpflichtige nach Hause zurückkehren.